hallo moin moin und herzlich willkommen auf unserem heutigen samstags video heute haben wir besuch aus der schweiz beziehungsweise im heutigen video haben wir besuch aus der schweiz der bringt uns was richtig feines mit haben wir im titelbildschirm geteasert da habe ich in zukunft auch was vor mal gucken ob wir da irgendwas mit in die reihe kriegen oder beziehungsweise ihre hinbekommen lasst euch da auf jeden fall mal überraschen das ist wird auf jeden fall sehr interessant hat was mit full set und haste nicht gesehen zu tun mal schauen ob wir das überhaupt auf die reihe kriegen können aber das hat das hat noch was auf dem anderen klären zu tun muss ich mir erst noch schlau machen ob das überhaupt machbar ist ja dann haben wir heute auch eine menge verkäufe im video damit ihr auch mal die verkäufe seht nicht immer nur die ankäufe und ja dann haben wir noch ein ganz wichtiges thema richtig wichtiges thema und zwar wenn man bei mir im laden auf dem klo geht und das toilettenpapier hinterher nicht so an der wand hängt dass man das so abreißen kann dann ist da irgendwas schief gelaufen es wurde hinterher so hingehängt und das geht gar nicht nein tatsächlich ist das nicht das wichtige thema nein tatsächlich das letzte video da ist mir einkommen oder ein kommentar aufgefallen der hat geschrieben hat nichts mit gaming zu tun uninteressant das mag oder ist demjenigen seine meinung ich habe meinen teil dazu geschrieben es geht ja bei uns auf dem kanal immer mal wieder um andere themen alles was rund um den anderen verkauf zu tun hat tatsächlich ging es letzte mal um urlaub oder beziehungsweise wie man urlaub nimmt et cetera für selbständige natürlich wissen die selbständigen von euch das und natürlich gibt es auch leute unter euch die das alles schon wissen aber es gibt auch leute unter euch die das halt eventuell nicht wissen und manche gucken die videos einfach beim kochen die interessiert auch nicht mal vielleicht wollen die einfach nur die stimme hören zwischendurch mal ein spiel sehen oder sonst was und wenn jemand das nicht interessiert ich kann immer nur den tipp geben es gibt auf der rechten seite gibt es immer andere videos die kann man dann ok thema interessiert mich heute nicht es muss ja auch nicht jedes thema für jeden interessant sein aber was ich halt finde ist da hat es tatsächlich 37 kommentare verursacht dass einer was negatives oder in anführungszeichen etwas geschrieben hat was etwas negativ rüber kam es hat 37 kommentare verursacht und das finde ich halt super super schade dass man in einer so coolen community wie wir sie mittlerweile hoffentlich sind dann so viel negative vibes bekommt das ist finde ich nicht cool also da würde ich euch wirklich empfehlen wenn jemand eine meinung hat könnt ihr eure persönliche meinung auch dazu sagen aber bleibt immer ein bisschen sachlich bleibt ein bisschen cool ihr akzeptiert auch meinungen anderer wenn jemand sagt t shirt gefällt mir gar nicht dann ist das ja dem seine sachliche meinung atari nie meine welt gewesen kann ja jemand schreiben wenn jemand totaler atari fan ist kann derjenige schreiben also ich finde atari cool zum glück die meinung auseinander und da wie gesagt bitte bitte wenn ihr dann in die kommentare schreibt bleibt sachlich bleibt korrekt untereinander weil das ist etwas was ich super super schade fand beim lesen dass da ein kommentar war der insgesamt 37 untertrades verursacht hat die alle sehr salzig waren und das fand ich wie gesagt lieb danke an diejenigen die versucht haben mich in schutz zu nehmen aber lieber einfach mal so ein kommentar stehen lassen und sagen okay ist seine meinung vielleicht dazu schreiben pass auf das ist halt stefans art er macht den kanal der auch mal was mit normalen sachen zu tun hat alles rund um an und verkauf wie zum beispiel eine kasse öffnen kasse schließen könnte man ein video darüber machen oder rechner einrichten kassenbuch oder 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 es gibt ja so viele themen die wir noch anreisen können alles was mit einem an und verkauf zu tun hat aber es kommen halt auch mal zwischendurch themen die nicht interessant sind und dann wie gesagt kann man wenn man es nicht interessant findet einfach rechte seite auch guck mal da ist ein video von dem neuen hast du nicht gesehen oder neues video von dem und dem schaue ich da mal rein kurzen kommentar lassen heute gefiel es mir nicht ganz so gut heute fand ich es langweilig schade dass keine games gezeigt wurden wäre vielleicht cooler gewesen so als kleiner tipp von mir ja ich würde sagen wir wollen gar nicht länger rumlabern wir gehen in die ankäufe in die verkäufe ich würde sagen weitergehen kommt gerade ein stammkunde rein und das erste was er von mir erstmal kriegt ist ein kaffee den gebe ich dir jetzt erstmal schon mal und er hat mir auch so ein paar sachen mitgebracht bitteschön er hat mir auch ein paar sachen mitgebracht ja ich mache erstmal milch und zucker rein er ist beschäftigt jetzt gibt es noch den passenden zucker dazu und das kommt erstmal zur seite ja und er hat mir jetzt auch ein paar sachen mitgebracht und die zeige ich mir jetzt einfach mal da haben wir einen nintendo 64 controller soweit gut steht sogar drauf ok scheint ok zu sein ist mit inlay oder ohne mit inlay hervorragend das ist schon mal schön das wäre dabei dann was hast du denn noch dabei einen gelben controller da sind so ein paar kleber reste noch drauf die kriegt man höchstwahrscheinlich noch weg das dürfte das klar aber der sieht gut aus der sieht richtig gut aus haben wir schon das zweite geile teil und das dritte haben wir auch dabei wir haben sie jetzt einmal in fast allen farben auch alle jeweils mit inlays oder wunderbar dann haben wir noch mal eine ein rumble pack es sieht nicht ganz so mega schön aus aber es geht das ist in ordnung finde ich dann haben wir ein ja ich glaube das hat da ist auf jeden fall ordentlicher abriss drauf und leider auch ordentlich ausgeblichen das ist natürlich immer schade man müsste es so hinlegen oder so vielleicht so dann sieht es gut aus dann kommen wir zum nächsten gerät da wäre normaler mit drin ist also in ordnung und sieht auch gut aus ein bisschen gelbe spuren hat er das ist okay finde ich aber controller bombastisch also der ist wirklich gut da kann man echt nicht meckern sind auch alle noch in ordnung das ist gut originalkabel dabei ganz ganz wichtig definitiv und stromkabel ja dann kommen wir zum nächsten das gibt es mir zum schluss und dann hat er nämlich auch passend noch jede menge nintendo 64 spiele mitgebracht ein spiel habe ich mir gerade schon angeguckt auch das sieht noch gut aus definitiv dann haben wir ein banjo katsui da waren früher mal hier die aufkleber drauf rechts und links da ist natürlich schade sowas dass das dann in der weihnachts edition etwas gelitten hat dann haben wir noch ein controller pack wir haben vagilante 2 oder vagilante 8 in den zweiten teil kleine spuren hat das müssen wir nachher mal reinschauen ob die alle soweit komplett sind das kriegen wir auf jeden fall hin dann haben wir okay das hat gelebt und auch in der sonne es war auf jeden fall mal im urlaub das spiel war schön im süden dann haben ich glaube das sind urlaubsspiele die waren im urlaub die spiele dann haben wir eins was nicht im urlaub war forsaken sieht sogar sehr gut aus finde ich da kann man absolut nicht meckern dann haben wir monster track madness 64 das sieht sogar auch noch ah ne da ist einmal komplett mit tesafilm zugeklebt worden das macht ich weiß nicht ob man sieht hier da an dieser stelle das ist mit tesafilm zugeklebt worden dann haben wir und haben wir ah das ist schön luke schwadron auch im finde ich sehr gut im zustand so ein bisschen hat er aber die dürfen auch gelebt haben dann rush extreme racing san francisco auch nicht schlecht keine abrisse hat mal jemand versehentlich drauf gesessen ist aber nicht ganz so schlimm besser als ein abriss auf jeden fall dann haben wir rush 2 extreme racing usa hat er 59 euro für bezahlt oder keine ahnung ist auf jeden fall ein schild drauf 59 sieht auf jeden fall bis auf diesen kleinen knick hier oben ist es ich weiß nicht ob man sieht ich hoffe man sieht es dann haben wir ein harvest buddy auch ohne abrisse was ich sehe dann haben wir ein hybrid heaven auch finde ich ja leider 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 und wir haben ein perfect duck die kriegen bei mir kinder ich habe keine ahnung warum davon habe ich mittlerweile sieben oder acht stück da fehlt das expansion pack ist das nicht ex oder extension pack das ist aber nicht normalerweise immer ich bin mir nicht sicher ob das immer dabei ist oder ob das müssen wir nachher mal gucken dann haben wir ein die welt ist nicht genug James Bond und zwar finde ich in gutem Zustand und wir haben das nächste das true rock auch in gutem Zustand aber ohnehin der sowas aussieht da haben wir ein wave race macht immer spaß kann man immer spielen dieser war kein so teurer titel und der karton macht jetzt auch nicht den großen unterschied ich weiß nicht ob man sieht ich hoffe man sieht es dann haben wir Golf auch in der ich wurde geliebt Version also das hat auf jeden Fall einige viele Stunden hinter sich so dann kommen wir zum nächsten Track and Field Summer Games das ist cool das Spiel das macht richtig Spaß kann man immer mal zwischendurch mal wieder reinschmeißen das ist ein Spiel was immer wieder Spaß macht allerdings auch ein Controller Killer dann haben wir Dark Rift hat auch schon ordentlich gelebt aber sieht gut aus hier war mal ein Aufkleber drauf und der ist glücklicherweise gut runter gekommen aber hat natürlich seine Spuren hinterlassen dann haben wir ein Wipeout 64 kann man auch immer noch immer immer wieder spielen hier hast du leider noch einen kleinen Abriss drauf dann haben wir ein Diddy Kong Racing mit einem Abriss also da ist tatsächlich Abriss des Herrn also da waren glaube ich mal Hundehaare oder Katzenhaare dann haben wir ein Star Wars Episode 1 Racers da ist es fast schon fast schon unmöglich geworden und da eine wirklich schön schwarze Verpackung zu kriegen weil das nimmt natürlich sofort Spuren an das ist aber die sieht trotz alledem noch finde ich gut aus dann haben wir ein Expansionspack das sind nur die originalen also ein Standard also das ist nur die OVP mit dem normalen Expansionspack was da rein gehört dann haben wir schön wenn man sowas hat dann kann man einen reinpacken dann weiß man wenigstens was drin ist dann haben wir ein schönes Zelda da ist natürlich hier ein Aufkleber drauf da muss man mal gucken ob wir den wohl ne den lassen wir glaube ich drauf der passt da der stört ja gar nicht hat seine kleinen Spuren ist nicht der perfekte Zustand aber sieht trotzdem noch sehr sehr gut aus dann haben wir ein ein Majors Mask da sind leider Spuren drauf kann man nichts machen aber scheint komplett zu sein vom Gewicht her ist glaube ich sogar alles komplett dann haben wir ein Gauntlet Legions und auch da haben wir einen Abriss da ist irgendjemand hergegangen hat einfach ein Preisschild genau auf die Schrift drauf wieso machen die Leute die Preisschilder nicht da wo man sind dann hinterher wäre auch ja lange Zeit vorbei so dann haben wir noch ein Fußballspiel ich habe damals echt gedacht die wären richtig teuer dann gucke ich bei Ebay und dann kriegst du die Dinger hinterher geschmissen für 2,50 Euro also das war entdeutend dann haben wir noch ein Zocker 94 für den Super Nintendo auch in Japanisch tatsächlich in diesem Fall würde jeder jeder Japaner würde tatsächlich zu dem Zustand von diesem Zocker äh Spiel sagen es ist nicht mehr verkäuflich weil die Japaner wirklich mit ihren Sachen umgehen wie äh wie mit rohen Eiern es hat hier ein Abriss das wäre für einen Japaner wirklich schon das das Genickbruch ich glaube ein Japaner würde sowas sogar höchstwahrscheinlich fast schon vernichten so dann haben wir ein Battle Grand Prix leider auch ein bisschen ausgeblichen oder ne es gehört so dann haben wir ein Battle Grand Prix in japanisch und es geht weiter in japanisch ein Front Mission da habe ich letztens erst noch eins verkauft von für 20 Euro ist also tatsächlich die japanischen Spiele sind relativ günstig zu kriegen dann haben wir noch eine N64 in OVP die hatte ich gerade schon in den Händen da sind leider so ein paar Spuren drauf wie zum Beispiel hier vorne sind so ein paar Einschläge oder was ich auch ein bisschen schade fand hier ist zugeklebt man sieht es dann nicht direkt aber hier hier hinter da ist diese Lasche ich zeige es mal auf der anderen Lasche da ist dann tatsächlich diese Lasche hier an einer Stelle komplett abgerissen aber ansonsten ich habe schon reingeguckt Controller ist noch top Konsole ist noch top es ist komplett was will der Mensch mehr so und dann haben wir jetzt noch ein Spiel das habe ich mir gerade schon angeschaut gehabt und da hat mein Herz so ein bisschen geweint aber zeige ich mal her und zwar haben wir hier ein Resident Evil das ist so das Highlight theoretisch aus dieser Verpackung oder aus diesem Konvolut was ich gerade ankaufe oder eventuell ankaufe ob wir uns einig werden oder nicht das werdet ihr im Laufe des Videos mitkriegen warum habe ich geweint nicht weil es so selten ist sondern ich hoffe man sieht es ich halte es mal so in verschiedene Richtungen damit es sich spiegelt da wo mein Finger jetzt ist da ist mit Edding gemalt worden da ist mit Edding gemalt worden man sieht es leider hier ist mit Edding gemalt worden da 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 einmal hier die gesamte ich weiß ich hoffe man kann es sehen ich halte es wirklich in alle möglichen Richtungen es ist natürlich immer schade wenn mit Edding drauf rum gemalt wird hier hat man es sogar ganz extrem da sieht man es sogar an der Seite hier da ist die Lasche sogar angemalt also das ist natürlich etwas was schade ist das Spiel sieht übrigens sehr gut aus hat ja alleine schon einen Wert von 80, 90 Euro nur das Spiel dann haben wir noch die Beschreibung dazu die war auch noch sehr gut die hatte ich mir schon angeguckt und man muss auch dazu sagen seine ersten Worte waren sofort ja das Resident Evil ist mit Edding angemalt er hat mir also direkt gesagt also alles im grünen Bereich er wollte nichts verheimlichen sondern ihm stört es auch ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben wie ihr das findet wenn man sowas nach bearbeitet ähm der eine oder andere wird das vielleicht sogar machen aber ich weiß nicht ob das wenn es schreibt es mal in die Kommentare was ihr davon haltet wir würde sagen machen folgendes wir gucken uns mal die Sachen komplett an und dann gucken wir was wir dir auszahlen können auch was für einen Preis bekommen ob wir uns einig werden oder nicht das ist jetzt hier im Lauf des Videos also er war schlimm ich habe ihm Preise gesagt er sagt ja ich sage ihm Preise er sagt ja nein tatsächlich also wir haben uns jetzt gerade einmal alles angeguckt ich habe mir die Spiele nochmal angeschaut ähm das Schöne ist er ist ein Stammkunde von mir dem ich vertrauen kann wenn ich frage ist es komplett ist es mit Inlay wie sieht die Beschreibung aus er sagt mir das so wie es sich gehört und dann brauche ich nicht mal noch nicht einmal mehr in die Verpackung gucken das mache ich natürlich trotzdem wenn ich sie dann ähm hinterher mit Preisen auszeichne oder beziehungsweise wenn ich da einen Preis ermittele dann werde ich es trotzdem nochmal machen aber im Endeffekt kann ich mich auf sein Wort verlassen wir haben uns geeinigt auf 1.150 Euro bist du damit einverstanden? ja dann würde ich sagen haben wir ein Deal das hat jetzt in dem Fall irgendwo 150, 200 Euro gebracht warum hat es nicht die Summe gebracht die es hätte bringen können ich versuche mich einfach mal in meine eigene Lage zu versetzen steht richtig geil so im Regal ein anderer Sammlerkollege kommt vorbei nimmt das Spiel aus dem Regal also Resident Evil voll cool hast du da mit Edding drüber gemalt? ja habe ich das wäre natürlich der Moment wo mich das mit dem Edding stören würde als Sammler und deswegen sind auch viele Sammler bei sowas dann auch leider raus es gibt Sammler die machen das mit Sicherheit die gehen da mit Wunschstiften dran ist ja auch für jeden so legitim man muss es halt einfach nur hinterher wenn man es mal verkauft auch dazu sagen so wie er es gemacht hat ich würde sagen wir haben einen coolen Deal wir haben wieder schöne Sachen für den N64 da ich würde sagen weiter geht's! kommt ein Kunde aus der Schweiz hat mich vorher schon angerufen gehabt er hat gesagt er hat ein Gerät was er mir gerne verkaufen möchte er hat aber auch ein paar Spiele gehabt und ein paar oder auch ein Controller und zwar einmal ein Wii U Pad die OVP da ist HDD die OVP interessanter als der Controller ein Mario Kart für die Wii U ein Star Wars Rook Squadron ein Hugh Nukem Land of the Babes ein Dino Crisis und ein Parasit Eve aber da sagte er schon die würde er als Channel Spende machen weil hier ist die erste CD federhaft da wäre ein Kratzer drauf müsste ich mir mal angucken dann aber das ist gar nicht so interessant das interessanteste kommt jetzt und dann zeig ich mal her was du da hast schaut euch das an dann haben wir was von Neo SNK und das nächste Teil was haben wir da also seid gespannt ok Arcade sagt man denen oder Arcade Stick schöner Arcade Stick und zum Schluss kommt noch was und zwar tatsächlich ein wie lange ist er jetzt nicht angewesen 25 Jahre also der ist jetzt 25 Jahre lang nicht angewesen ja er sagt vor dem Millennium noch wir haben ihn gerade einmal versucht anzumachen er macht das Bild halt blau wie es halt sein muss er ist auch nicht er gegangen hat nochmal hochgewienert oder sonst was er hat 25 Jahre in der Garage oder Schublade oder wo war er da war er auf jeden Fall und in welchem Land war das in der Schweiz aus der Schweiz in den Bergen warte mal war das mit der Schweiz wer hat es erfunden ja genau Ricola Ricola ne also tatsächlich den haben wir jetzt hier ich würde ihn super gerne auf einem Mittwochs Video mal vorstellen mir fehlt allerdings noch ein Spiel das muss ich mir noch besorgen falls ihr es seht das Video bringt mir ein Spiel vorbei günstiges irgendwas was auch noch halbwegs Spaß macht dass wir das wenigstens schon mal testen können dass wir da dann auf jeden Fall schon mal vielleicht ein schönes Video draus machen können vielleicht sogar mit euch zusammen oder mit dir zusammen er hat sich vorgestellt via Telefon 220 Euro und das kriegen wir auf jeden Fall hin er ist ungetestet wenn ich noch Reparaturen reinstecken muss er ist ohne Karton das einzige was noch dabei gewesen wäre wäre die Beschreibung gewesen aber völlig geil für jemanden der damit zocken möchte ist das völlig geil dass der Karton nicht dabei ist weil mit Karton ist das Ding bei Ebay bei 500 Euro ohne Karton denke ich mal irgendwo bei 350 irgendwo in der Größenordnung ich bin hierfür für 220 bin ich völlig fein mit hast du damit Bauchschmerzen? nein überhaupt nicht dann würde ich sagen den 220 Schweizer Franken nein deutsche Euro auf jeden Fall über den Tisch und wir haben eine Deal ja super und ich freue mich dass wir sowas hier haben das ist wieder mal so ein kleines Schmuckstück ich hoffe dass ich jetzt die nächsten Tage ein schönes Spiel bekomme dass ich das dann auch mal testen kann und vielleicht auch ein Mittwochs Video mal verarbeiten kann ich würde sagen weiter gehts ich habe da gerade einen Kunden sitzen Amiga CD32 jetzt kommt der rein und sagt erwähnste das auch dass ich den verkauft habe ja natürlich erwähnen wir das er hat wie gesagt den Amiga CD32 verkauft auch nochmal ganz lieb danke dafür dann tatsächlich hat er mir eine Playstation 1 verkauft wie ich was habe ich dafür angerechnet gehabt? mit dem Game Gear und 2-3 Spiele nochmal ein Huni richtig aber da habe ich dann für die Playstation nicht das Allermeiste gegeben weil die Playstation hatten wir ja angemacht und die hat eine Diashow gemacht ne? und die hat ein Kollege der heute auch tatsächlich da ist der hat sich die angeguckt und er sagt mit ein bisschen Fett drauf ein bisschen Liebe rein gesteckt läuft das Ding hin wieder da kriegst du noch ein Zehner extra für danke so dann bringt er nämlich auch noch ein paar Sachen mit da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen und zwar hat er mitgebracht The Battle of Olympus dann hat er hier steht übrigens noch ein anderer Ankauf der ist noch ganz frisch dann hat er mitgebracht das Terminator 2 im finde ich sehr sehr gutem Zustand bis auf so Kleinigkeiten wo der Aufkleber mal gesessen hat da ist so ein bisschen Kleber noch drauf aber da kann man mit Leben mal gucken ob wir das vielleicht sogar runter kriegen aber ich glaube in dem Fall wird es schwieriger so dann war dabei Mario Bros ist jetzt nicht ihr könnt übrigens von Glück sagen mir hat ein Kunde gerade eine Dünnertasche mitgebracht richtig fett mit Tzatziki gut dass es kein Geruchsfernsehen gibt meine Kunden sind hier auch schon die ganze Zeit so nein dann war das mal ein super Ghosts and Goals finde ich sogar in sehr gutem Zustand war Tzatziki drauf ne? ok war kein Tzatziki drauf sagt er gerade ich fand es witzig jetzt ist es nicht mehr witzig Spiel sieht gut aus Beschreibung ist drin und Zustand würde ich sagen fast schon bis auf ein paar kleine Knicke fast schon hervorragend das müssen wir auf jeden Fall gleich nachgucken dann haben wir was selteneres super AirDiver aber Weihnachtsedition war mal ein Weihnachtsgeschenk oh da steht ein Preis drauf oder Hundehaare so dann haben wir ein F0 die Preisschilder kennt er mittlerweile habe ich auch noch nicht versucht abzumachen ich traue mich das gar nicht weil da könnte wenn da was drunter ist das würde mich ärgern so dann haben wir ein Castlevania 3 steht auch noch ein dicker fetter Preis drauf muss man natürlich 4 römische Zahlen und ich das ist finde den Fehler aber das sieht schon sehr sehr gut aus dann haben wir ein R-Type und finde ich auch im sehr guten Zustand das haben wir letztens erst noch gespielt hier wie die Gaskranken richtig geil das Spiel dann haben wir noch ein NES Gradius das haben wir auch letztens erst noch gespielt und da hatten wir das nicht warte mal für welche Konsole war das wo wir was gespielt hatten wir hatten es auf jeden Fall gespielt kann sogar vom N64 gewesen sein ja vom N64 vom NES gewesen sein so dann haben wir ein Total Recall dann haben wir eine Super Nintendo in OVP Tüte ohne Eingang ach da ich finde sogar im guten Zustand da kann man absolut nicht meckern die sieht gut aus ist eine 2-Chip dann haben wir einen Gameboy Adapter tatsächlich der Chip der hier drin ist den kann man raus löten und in einen alten Gameboy rein löten und dann wenn man es kann also ich kann es nicht dann ist der Gameboy tatsächlich doppelt so schnell das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen da haben sie damals für das Ding hin haben sie mehr Geld ausgegeben als für den originalen Gameboy auch nicht schlecht dann haben wir noch eine Handvoll Playstation 1 Spiele ja doch Playstation 1 Spiele Star Wars Rebel Assault das gute Tomb Raider wir haben wir haben The Guardian wir haben Nofar für diejenigen die die Spiele alle auswendig kennen ich kenne sie nicht auswendig Tomb Raider Destruction Derby und Mickys Wild Adventure auf jeden Fall sehr schöne Spiele definitiv und dann haben wir noch das oh 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 da muss ich genau gucken das ist teuer da ist ein richtig seltenes Spiel da ist ein richtig seltenes Spiel da haben wir bei so seltenem Spiel muss man wirklich genau gucken da ist ein kleiner Kratzer ja also selten nicht wirklich es ist das schöne Mario es ist das beliebteste Spiel für den Super Nintendo alleine dafür finde ich und ähm F-Zero dafür lohnt sich ein kompletter Super Nintendo finde ich zumindest dann haben wir Vanishing Point müsste es Vanishing Point sein Vanishing Point dann haben wir hier nochmal ein paar Anleitungen für das Super Nintendo und für das Super Mario World dann haben wir wo ist der Schatz wo ist der Schatz wo ist der Schatz direkt rausgegriffen da haben wir einen Schatz Resident Evil 2 Resident Evil normal Warzone 2100 aber in der falschen Verpackung aber nicht schlimm und wir haben noch ein Tomb Raider 3 ein Hulk da müssen wir gleich mal schauen ob das komplett ist wir haben nochmal den Resident Evil Directors Card und in der Black Edition ganz ganz wichtig haben wir noch einen Ridge Racer ohne Beschreibung ohne Beschreibung und wir haben nochmal Die Hard Trilogy auch ohne Beschreibung ja dann haben wir noch eine Memorize Karte dieses kleine Ding da steckte früher unser Leben drin da waren unsere Speicherstände drauf das muss man sich mal überlegen das war Leben pur Memory Karte weg Leben zu Ende war es so oder was nicht so so dann haben wir hier noch einen NES passend zu den beiden Konsolen hat er mir noch zwei Stoffbeutel mitgebracht wo die Kabel drin sind es ist jeweils ein Controller dabei es sind Originalkabel dabei die zeige ich euch jetzt nicht wir schauen mal nach was wir ihm dafür anbieten können ob es ein Deal wird oder nicht seht ihr gleich ich würde sagen weiter geht's wenn hier was fehlt oder so ne nur so ein Scheiß nur so ein kleines Stückchen Papier das kann so viel nehmen das kriegst du ja nicht mehr was gekauft hat ihr hört es gerade schon wenn da schon ein kleines Stück Papier fehlt irgendwo an der Seite oder so hier fehlen tatsächlich zwei Stücke Papier einmal auf der Seite und einmal auf der Seite das heißt das Spiel kostet jetzt so wie ich es jetzt hier in der Hand habe um die 30, 35 Euro wenn die dran wären wäre es sogar ein Spiel für um die 50 Euro leider fehlen sie dadurch natürlich etwas weniger oder bei dem Resident Evil ich zeige es mal etwas näher in die Kamera damit ihr euch das mal anschauen könnt da war mal irgendwann das Frontcover rausgenommen worden kleiner gemacht damit man es irgendwo reinpacken kann vielleicht sogar mal irgendwo in der Videothek dass es irgendwo in irgendeine Hülle von der VHS Kassette reinpassen musste deswegen umgeknickt so ist es komplett aber das hier oben ist der ein oder andere Sammler logischerweise raus wir haben uns geeinigt auf bzw. ich habe ihm vorgeschlagen 550 Euro bist du damit einverstanden oder Bari Bari ja 550 kriege ich 550 Euro von dir nein er kriegt 550 Euro von mir ich habe wieder schöne Spiele da bei einigen Spielen fehlten die Beschreibungen habe da ja gerade schon im Eingangsbereich mitgekriegt wo ich sie gezeigt hatte da merkt man ja auch schon stellenweise am Gewicht dass da was fehlt aber es sind wieder schöne Spiele dabei wo so ein paar kleine winzige Mankos bei manchen Spielen sind bei dem zum Beispiel ist es dieses kleine Manko dass das hier noch zu sehen ist dieser weiße habe ich gerade schon mal versucht mit WD40 ging nicht weg aber ich denke mal er kann mit 550 einverstanden sein ich bin auf jeden Fall mit 550 einverstanden ich würde sagen wir haben das coole Bier bei deinem Text viele Kommentare da kommt ja manchmal zwischendurch möchten wir auch mal vorher Verkäufe sehen hier habe ich einen schönen Verkauf liegen jetzt könnte ich euch die ganzen Sachen zeigen aber das mache ich nicht das machst du du kommst einmal rum der Kunde kommt jetzt einmal in die Theke und er zeigt euch tatsächlich was er sich jetzt gerade ausgesucht hat und vielleicht sagt er auch ein bisschen was dazu bitteschön dein Platz ja hallo Leute wie man sehen kann von klein auf schon Zelda Fan und habe die 400 Kilometer jetzt in Kauf genommen bin hier zum Chef angefahren merkt euch die 400 um mir noch ein paar Wünsche zu erfüllen wie zum Beispiel die Zelda Sammlung für den 3DS zu vervollständigen einmal das Majora's Mask in einem sehr guten Zustand zum richtig fairen Preis dann einmal für den Gamecube Zelda Twilight Princess auch in einem tadellosen Zustand sieht richtig gut aus komplett vor allem also absolut zipp dann lass einfach runterfallen für den Gamecube auch noch The Wind Waker und damit wir auch die Spiele für den 3DS spielen können in 3DS in OVP und natürlich den Gamecube richtig sowie einen nagelneuen Gamepad und halt das letzte Teil genau er hat sich einfach hinter dich passt schon er hat sich also tatsächlich kein AV-Kabel mitgenommen weil das will er sich als HD-Version holen und dafür habe ich ihm dann stattdessen die Memory Card dabei gepackt und er sagte ja gerade schon sie sind 400 Kilometer gefahren richtig und ja was bezahlst du jetzt? für das ganze bezahle ich 400 Euro ok und wieviel Kilometer musst du zurückfahren wenn du wieder nach Hause willst? 400 ok also ihr seht 400 ist gerade Programm und damit das ganze auch wirklich funktioniert haben wir einen Deal super wir haben einen Deal und da haben wir noch eine Hand das ist nämlich der Sohn und der Großneffe richtig und das müssen wir jetzt 400 Mal machen ok also ihr seht 400 war in diesem Fall tatsächlich Programm bist du zufrieden mit 400 Euro? ich bin sehr zufrieden und ich freue mich dass er sich auch mal wieder zeigen lässt wir hatten das ja schon aber komm doch mal machen ich mach dann ganz viele Deal Stempel rein ich würde sagen weiter im Video ihr habt doch mal wieder im Verkauf gehabt ist ein 5 Euro Spiel das wäre das an dem bisschen sage ist normalerweise ein 25-30 Euro Spiel aber hier fehlt der Pappschuber habe ich ihm 10 Euro gesagt ähm und ja und und das Oddworld genau das Oddworld das wichtige Oddworld dafür haben wir 20 Euro gesagt dann würde ich sagen bezahlen machen stimmt so das passt schon die weiße Pappe nehme ich auch noch mit ist das eine Donation? ja natürlich tatsächlich ist das keine Donation ich habe hier noch ein Spiel im hervorragenden Zustand auch nochmal ein ganz liebes Danke an den der es mir verkauft hat es hat ein bisschen Zeit hier beherbergen dürfen und zwar das Panzer Dragoon Saga ich habe ihm damals gesagt dass ich das hier auch für 1000 Euro wieder weitergeben werde ich hätte mehr dafür kriegen können das kann mir jeder glaube ich bestätigen der gerade auch hier ist weil es wirklich im guten Zustand ist aber ich möchte dass es in gute Hände kommt in liebe Sammler Hände und da kommt es definitiv das ist nämlich der gute Mann von dem ich den hier habe bist du mit 1020 Euro für das Saga und die Spiele einverstanden? das bin ich dann würde ich sagen dann würde ich sagen haben wir einen richtig coolen Deal er hat übrigens auch ein richtig cooles T-Shirt an auf seinem T-Shirt steht drauf ich werde nicht älter ich level up Expert wir packen das wieder vernünftig ein dass nichts dran kommt es wäre nämlich schade drum ich würde sagen weiter gehts Drehbuch das war's mit dem heutigen Samstags Video muss ich ja mittlerweile aufschreiben ich vergesse das ewig ob Samstags oder Mittwochs ist tatsächlich heute war es das mit dem heutigen Samstags Video ja heute aber genau mit dem Samstags Video was soll ich sagen dort war es ich habe ich habe ein Thema für das nächste Mittwochs Video und wenn ich euch frage ob es für das nächste Mittwochs Video ein Thema gibt was euch vielleicht interessiert ich glaube das ist das einfach nur ich will gucken dass ihr auch mit agiert und das finde ich halt relativ wichtig wenn ich öfters mal frage habt ihr ein Thema für das nächste Mittwochs Video dann ist das eine Frage an die Community und keine Idee oder Ideenlosigkeit in diesem Sinne würde ich sagen habt ein schönes Wochenende seid gegeneinander lieb habt euch lieb schenkt euch was Schönes wir sehen uns am nächsten Mittwoch mit einem richtig coolen Thema echt jetzt echt jetzt